Wie viele Kills habe ich eigentlich gemacht, bis jetzt mal gucken nachher. Ich schätze mal um die 50 Kills, bis 100 Kills wahrscheinlich am Ende. Hi, grüß dich. Du grüßt dich auch gleich mit. Du kannst dich auch noch gleich grüßen. Du darfst dich auch gegrüßt fühlen. Du darfst dich auch gegrüßt fühlen. Oh, oder auch nicht. Hi. Lass du ihn nicht aufhalten hier. Lass du ihn nicht aufhalten. Komm. Noch was für den Totengräber und für die Pflanzen. Für Mutter Natur. Doch nicht weg. Es gibt... Oh, sie hat in den Ding geflogen. Schön. So muss es sein. Hey. Lauf mir alle rein wie so ein Mietschredder hier. Nicht weglaufen. Warum laufen die so schnell? Oh, hier ist aber hübsch. Hübscher kleiner Innenhof. Warte mal ganz kurz. Ein Gold. Was für ein Gold. Ich habe gerade für ein Gold Frieden geschlossen. Cool. Ja, Crusader Kings 3 ist ja bis heute nicht wirklich gut, ne? Also es ist ein gutes Spiel, okay? Um Himmels Willen. Aber es ist halt noch bei weitem nicht so gut, wie es halt sein könnte. So, jetzt ist die Frage, wie gründe ich jetzt meinen Königreich? Das würde ich vielleicht noch heute gerne machen. Au. Da wird seine Armbrust. Ich würde gerne nicht sterben wollen hier. Kurz vor Feierabend. Du lasst aber meinen Mann hier in Ruhe, gell? Defender... Defender Squad minus eins im Enforcements. Okay. Ist einer gegangen oder was? Kein Bock mehr jetzt. Nö. Sehe ich ja nicht einen hier. Cool. Gefällt mir. So, haben wir es, ja? Wir haben... Meine Truppe hat 33 Mann verloren. Gesamt haben wir 170 Mann verloren. Auf weindlicher Seite 325 aktuell. Und fast 800... Oder über 700 Verwundete. Das heißt... Endeffekt... Ein brutaler Sieg für unsere Sache. Und ein massiver Rückschlag. Huch. Hallo? Und ein...